Yo Leute, Doppel-Pi-Pi Quarantäne ist so ein komplett unwichtiges Thema, also wenn du dich für mich nicht interessierst, dann bleib dran und jetzt geht's zum Intro Peace, Doppel-Peace, hier ist wieder Tanzverbot am Start Der Stand der Dinge ist der Ich hab einfach Bock auf ein bisschen Komfort und dieses geile Mikro-Essen, was man denn da bekommt Ja, du bekommst hier Rinder, weißt du, du denkst dir so übelst krass, dann kommt dieser Fraße und du machst das auf Und das ganze Flug-Airline von Portugal, hab ich selbst angeschrieben auf Twitter, weil ich kann Englisch Lissabon, hello, do you to fly Grüße gehen raus an mich selbst, ja die letzten Grüße gehen raus ans Meer Ja, die Aussicht ist schon geil, aber ich hab hier niemand mehr, deswegen, na gut Leute, haut rein